Na toll, alles nochmal. Ja, wie konnte der Schweinebastard mich denn erkennen? Ach, das ist doch so ein unrealistischer Scheiß, das gibt's gar nicht. Na gut, neuer Plan, wir gehen zum Waffenlager und besorgen uns was. Und was wir uns da besorgen, könnt ihr euch denken. Der gute Boris flüchtet mit seinem Auto und wir besorgen uns jetzt dort eine Autobombe. Ich glaub, da ist nämlich eine, so viel ich noch weiß. Obwegs erstmal ein schönes Loch in die Kapuze. Ich lauf nämlich gerne mit Loch in der Kapuze rum. Und der andere, den drück ich mal ein bisschen. Jetzt komm mal her, du lieber du. Ja, eine zärtliche Umarmung für dich. Tschüss. Gut. So. Jetzt müssen wir nur wieder dieses Hindernis umgehen, hier können wir nicht alle töten. Na ja, da kommt er ja schon. Komm. Sag das Passwort und ich kann mit rein. Los. Der gehört zu mir. Danke. Ey. Ich schulde dir was. Diesmal gehen wir nicht zum Schiff. Wie gesagt, wir gehen das Waffenlager erkunden. Und ich hoffe, tatsächlich, dort finde ich was. Ach nein, jetzt müssen wir hier wieder entlang. Gibt's eigentlich keine andere Möglichkeit, anders hier reinzukommen. Das kann doch nicht sein. Dass wir dauernd durch diese Sicherheitsschranken müssen. Voll der Blödsinn. Da bestimmt noch irgendwelche andere Wege. Ich muss mal gucken. Ich laufe jetzt einfach mal da lang. Aha. Sieh an. Sieh an. Hä? Höh. Oh. Oh. Da ist ein Hund. Und er hat mich gesehen. Und er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Und er kommt zu mir. Mach Platz. Böser Hund. Gut. Keiner hat was gemerkt. Aber hier steht die Tür offen. Ha. Und ich schleiche mich immer durch diese Sicherheitskontrollen. Und hier steht sperrangelweit die Tür offen. Oh Mann. Da komme ich ja irgendwie immer irgendwie rein. Brauche ich ja gar nicht hier so durch. Okay. Hier ist das Schiff. Aber wir müssen jetzt geradeaus weiter. Irgendwie komme ich schon immer weiter. Ach guck mal was da steht. Da ist ja noch ein Bauwau. Oh du süßer kleiner du. Dir verpasse ich auch noch eine Kugel. Noch eine Sicherheitskontrolle. Sicherheitskontrolle. Und daneben steht eine sperrangelweit Tür. Also es ist wieder eine offene Tür. Wofür gibt es dann diese Sicherheitskontrolle? Ach egal. Muss ich nicht verstehen. Oh Mann ey. Und ich mache mir da voll den Act und warte immer auf die Honky Tonks. Bis sie da durchgehen. Da steht einer auf dem Dach. Hm. Hast du eine Sniper? Nein. Da ist wieder einer. Da ist wieder einer. Naja. Hunde. Böser Hund. Mach einen Platz. Aua. Nein. Aus. Ich muss nachladen. Wie lade ich nach? Äh. Auf R nicht. Äh. Keine Ahnung. Ich sehe noch einen Hund. Okay. Komm. Platz. So ist brav. Guter Hund. So. Mal nachladen. Steht hier noch ein Hund um die Ecke? Hallo. Nö. Alle Wauwaus sind tot. Gut. Wo ist das Waffenlager? Bin ich überhaupt richtig? Oh ja. Gleich da vorne. Ah. Ein LKW. Und ein Wauwau. Der ihn bewacht. Sag Sayonara. Wauwau. 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 Okay. Da ist sie ja. Ich wusste es. Die Autobombe. Und ein Scharfschützengewehr. Und eine MP5. Mit Schalldämpfer. Wauw. Yeah. Und Munition. Und Knarren. Und wie im Schlagaffenland. Ist das geil. Herr damit. Und Herr damit. Und Herr damit. Und Herr die Muni dürfen wir nicht vergessen. Herr mit der Muni. Und Herr mit dem Scharfschützengewehr. Tja. Perfekt. Jetzt gehen wir ein bisschen jagen. Steht da jemand auf dem Dach? Nein. Sind da hier noch irgendwelche? Aha. Da steht eine Wache. Okay. Die darf mich jetzt natürlich nicht sehen. Aber jetzt kann ich schon mal gleich mein neues Scharfschützengewehr testen. Ja. Bin zufrieden. Funktioniert gut. Schön in den Kopf. Und dein Hirn klebt an der Wand. Okay. Kann ich von hier irgendwie? Kann ich so rüber zielen aufs Schiff? Nee. Das ist zu weit weg. Also gut. Jetzt mache ich mir die Mühe nicht mehr. Und schleich hier überall durch. Jetzt verteile ich ein paar Headshots. So. Meine Freunde. Obwohl. Warte mal. Der auf dem Dach. Hm. Ist sonst noch hier einer irgendwo? Steht hier noch irgendwo einer? Da drüben vielleicht? Nö. Nö. Okay. Die zwei jetzt. So. Tod. Jetzt den auf dem Dach. Oh. 47 wackelt doch nicht so. So treffe ich nichts. Sehr schön. Voll ins Gesicht. Okay. Sonst ist hier niemand mehr, oder? Das waren nur die zwei. Ja. Alle tot. Da drüben sind jetzt noch die anderen Wachen. Locker, leise, hoffentlich komme ich durch das Gitter. Hoffentlich komme ich durch den Zaun. Ich kotze ab, wenn nicht. Nein. Ich wusste es. Aber vielleicht kann ich durch diesen Schlitz hier schießen. Hehehe. Nein. Wir wollen schießen. Warte mal. Wie viele Schüsse habe ich noch? Okay. 13 Schüsse. Das passt. Oh mein Gott. Wo ist dein Kumpel her? Der ist tot, ne? Gut. Mein Gott. Wie kann man sich nur... Ah. Warte mal. Ach. Hast du gedacht, mein Freund. So. Auch der ist erledigt. Sonst noch irgendwo einer? Den ich wegsnipern kann? Nein. Gut. Dann gehen wir jetzt zum Schiff. Da ist es. Oder? Muss ich jetzt noch eine Sicherheitssperrung gehen? Nee, ne? Aber warte mal. Ach doch, da war das Auto. Ah, ja, 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 genau. Ich muss zum Auto. Wo ist das Auto? Okay. Hm, ich sehe keinen. Ich habe die Auto rum. Da läuft er. Da läuft einer. Da läuft einer. Aber ich weiß, was ich mache. Ich muss ja nur ins Auto. Also. Der läuft da. Der läuft da. Sehr schön. Lauf du ruhig deinen Weg. Ich schleiche mich an deinen Kumpel. Tschüss. Gleich wegziehen. Gleich wegziehen. Und das Auto. Damit dich niemand sieht. Sehr schön. Okay. Einstecken. Autobombe. Platzieren. So, ich muss mir das in die Hand nehmen. Es ist auch immer so doof. Egal. So, Boris. Ein nettes Geschenk, mein Freund. Moment. Sag der Welt auf Wiedersehen. Gut. Okay. Jetzt muss ich nur noch die Bombe finden. Oh, niemand merkt was. Niemand hat was gemerkt. Okay. 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 Die Bombe finden. Wenn ich dem Schiff wieder wahrscheinlich zu nahe komme, dann kommt er gleich wieder, oder? Warte mal. Der läuft doch hier im Kreis rum, oder nicht? Ja, da kommt er. Hm. Ich könnte den einen jetzt hierher locken. Ha! Da fliegt seine Knarre! Oh! Junge. Wie weit sie geflogen ist. So. Ist das der was? Ne, der ist zu weit weg, ne? Ist zu dunkel. Dann zähl mal dich mal wieder hier hinter den Generator. So wie vorher. Ja, das war ganz okay. So. Es kommt sonst niemand mehr. Doch, da. Tschüss. Gut, auch der ist erledigt. Der kommt mir auch nicht mehr in die Quere. Kommt sonst noch einer? Sonst läuft hier niemand mehr rum. Das war's. Ach, doch, da. Mist. Ey, hast du deinen toten Kumpel hinterm Auto noch nicht gesehen, oder was? Dein Pech. Aber weißt du was? Ich schneide meine Initialen in dich rein, mein Freund. Tschüss. Gut. Erledigt. Alle tot. Yeah, Mann. Diesmal war's richtig gut. Jetzt komm ich nur auf das Schiff, wenn ich mich verkleide. Und der hier steht hier so einsam und verlassen. Und die anderen Typen, die checken es sowieso nicht, wenn ich hinter ihm stehe. So. So. Was? Die Musik hat sich verändert. Warum? Okay. Komm, mein Freund. Ein bisschen wirken. Komm. Ich umarme so gerne, Leute. Ah. Komm her. Sehr schön. Wir ziehen schnell um die Ecke, falls hier doch noch irgendeiner ist. Okay. Her mit deinen Klamotten. Ja, Beretta, her damit. Und her mit deinen Klamotten. So darf ich bestimmt aufs Schiff, oder? Ich mein, ich bin einer von euch. Ne? Alles klar, Jungs? Alles paletti? Yeah. Ich bin auf dem Schiff. Okay. Jetzt muss ich nur rausfinden. Wo ist die Bombe? Huh? Uhuhu. Warum verändert sich immer die Musik? Da habe ich immer voll Angst, dass mich jemand entdeckt hat. Oh. Oh. Ich muss da runter irgendwie. Ein Bullauge. Oder? Was? Was ist das? Warte mal. Achso, das ist nur eine Tür. Ich muss bestimmt runter. Dann tue ich das mal. Gehe ich mal runter. Oh. Stopp. Was machst du hier? Leid das Schiff. Fast. Okay, okay. Okay. Ich habe es kapiert. Ich darf hier nicht rein. Ich muss weiter runter. Überall wachen. Was sagt die Karte? Wo könnte die Bombe sein? Drittes Deck. Nichts. Zweites Deck. Erstes Deck. Bestimmt im ersten Deck. Tag. Alles klar? Wo geht es da lang? Warum hast du diese Tür gewacht? Oh. Boah. Okay. Gehen wir noch weiter runter. Maschinenraum. Das ist gut. Hey, yo. Ich bin doch nur eine Wache. Ich laufe mal hier vorbei. Was ist das? Kann ich das aktivieren? Nein. Das sah aber so aus. Der Hutmacher. Oh mein Gott. Da steht Ivan. Und warum steht der da? Das würde mich halt auch interessieren. Der verrückte Hutmacher steht da unten. Ich muss da hoch vielleicht. Wo könnte er die Bombe versteckt haben? Das ist halt das. Ich finde die Bombe nicht. Da ist der Hutmacher, oder? Da geht es zum Hutmacher. Da geht es wieder hoch. Nee, sie muss hier irgendwo im Lagerraum sein. Kann nicht anders sein. Tag. Hallo, Bombe. Wo bist du? Schrei mal hier. Hier. Oh. Kisten. Aber keine Bombe. Also ich... Wo bin ich denn jetzt? Das ist ja... Schiebetüren und Ding. Und normale Türen. Ich weiß auch nicht. Da hoch muss ich bestellen. Ich muss da runter. Ich muss sicherlich runter. Da wo der Hutmacher ist. Aber das ist natürlich sehr schwierig. Wo könnte die Bombe sein? Ich will jetzt nicht 500 Jahre hier jetzt die Bombe suchen. Wo geht es denn da lang? Oder ist die Bombe vielleicht doch weiter... Oh. Mh, lecker. Fleisch. Hey, alles klar? Hier gibt es lecker Fleisch. Wie ist die Küche eigentlich an Deck? Ist der Koch okay? Geht es da lang? Hey, yo. Alles klar? Ach, das steht da einfach nur. Warum stehst du hier einfach? Nee, ich will mich nicht als Schiff... Obwohl. Warum nicht? Verkleiden wir uns als... Als Ding. Als so... Ja, was bist du? Maschineningenieur. Maschinenmann. Egal. Aber ich will mir nicht das Hemd versauen. Also deswegen würge ich dich. Oh nein. Verdammt. Öh, was? Was? Wieso? Penner. Verdammt. Ich krieg die nicht. Ah, Mist. Jetzt muss ich aber schnell machen. Wo ist die Bombe? Und vor allem muss ich schnell machen, wenn er ins Auto steigt. Ich muss die Bombe suchen. Wo ist die Bombe? Habe ich den Zünder? Ach, den Zünder habe ich gar nicht. Ich habe keinen Zünder? Ich habe tatsächlich keinen Zünder. Achso, dann explodiert die... Achso, wenn er einsteigt. Okay. Sayonara. Sehr schön. Okay, er ist tot. Aber jetzt ist bestimmt noch der verrückte Hutmacher im Keller. Aber egal, gehen wir gucken. Drei Minuten bis zur Explosion. Ich muss mich echt beeilen. Hey, du bist in der Anjou. Hey, Moment. Was hast du denn vor, Mann? Hey, du bist echt... Dammt noch mal. Ah! Noch mehr von euch! Ich scheine richtig zu sein. Hier ist die Bombe. Was ist das? Oh, eine Minigun. Die Bombe, die Bombe. Deaktivieren. Los, 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 los. Ja, beeil dich. Komm, mach. Sehr schön. Gefahr gebannt. Jetzt muss ich nur aufpassen. Ist keine Wache, was gemerkt hat. Nö, hat niemand was gemerkt. Oder? Laufen die hier noch immer ihre Runden? Oder ist das schon gut? Auf geht's nach oben. Wir müssen das Schiff kapern. Aber die erkennen uns bestimmt gleich. Ich muss echt aufpassen. Weiter hoch. Und... Wo geht's da lang? Ah, weiter hoch. Okay. Da ist der Kapitän. Hallo, Herr Kapitän. Wir fahren jetzt ab, mein Freund. Moment. Huch. Hast du was gemerkt? Ahoy, Seebär. Tschüss. Ich wollte mich schon immer als Kapitän... Ach doch, ich... Oh Mann. Na gut. Ja, dann hauen wir ab. Anker lichten! Zack. Send ihn zu mir bald, Doktor. Ich habe einige Arten, um ihn zu fahren. In Hongkong wird er eine unbezügliche Überraschung von meinen Feindern. Professor, weiß er, dass wir seine Vater sind? Nicht noch. Aber ich werde ihn zu besuchen, wenn er fertig ist. Dann kannst du ihm die guten Neues erzählen. Okay. Wir haben Ivan in die ewigen Jagdgründe geschickt. Yeah. Und haben dafür 72.230 Dollar bekommen. Ja, Mann. So muss es weitergehen.